Ich sehe da überhaupt keine Fehler, um das mal ganz klar zu sagen. Erstmal gehöre ich zu den Menschen, die es für absolut richtig halten, dass wir in der Europäischen Union gemeinsam den Impfstoff bestellt haben und ihn auch gemeinsam nach einem fairen Schlüssel, nach den Einwohnerzahlen auf die Staaten Europas verteilen und dort nicht nationale Alleingänge machen. Der zweite Punkt ist, zu dem Zeitpunkt, wo wir Impfstoff bestellen mussten, also unser Land und auch die Europäische Union, war es doch völlig richtig, nicht nur auf einen Hersteller zu setzen, sondern auf verschiedene Hersteller zu setzen. Weil zu dem Zeitpunkt auch keiner wusste, wer ist wann in der Zulassung und auch keiner wusste, das Problem, was wir zurzeit haben, ist eher, dass die Produktionskapazitäten nach wie vor begrenzt sind. Und ich habe ja eben gesagt, wir wissen jetzt sehr genau bis in die siebten Kalenderwoche, was wir an Impfstoff von BioNTech geliefert bekommen. Wir wissen, dass Verträge mit Moderna, mit Astra, mit anderen gemacht sind, dass wir zusätzlich hier ankommen, sodass dann ja eher mehr Impfstoff zur Verfügung steht durch mehr Zulassungen, wie wir zum jetzigen Zeitpunkt haben. Dass es am Anfang knapp ist, war eigentlich allen, die mit dem Thema beschäftigt sind, hinlänglich bekannt. Ich würde das mal so sagen, die Sache sollte morgen im Kreis der Ministerpräsidenten besprochen werden und entschieden werden und dafür braucht man, glaube ich, nicht heute Ratschläge der einzelnen Landesfachministern, was man jetzt klugerweise ab dem 10. Januar macht. Sie brauchen sich ja einfach nur die Infektionszahlen ansehen und einen normalen Menschenverstand haben. Dann weiß man, dass für Öffnungen nicht sehr viel Spielraum ist.